Wenn jemand, meine Damen und Herren, 25% Rendite macht im Jahr, ist das schon mal nicht schlecht. Wenn er das macht, über 15 Jahre hinweg, im Durchschnitt, dann ist das außergewöhnlich. Dieser Jemand ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten an der Börse und auch des Fernsehens, der etwas verrückte Jim Cramer. Er ist Anwalt, Broker, Hedgefondsmanager, Dauergast beim US-Fernsehsender CNBC und Erfinder der Show Mad Money. Daher das etwas Verrückte. Martin Weiß vom Anlegermagazin, der Aktionär. Was ist dieses Polarisierende von Jim Cramer? Sein Charakter. Er ist ein Irrwisch. Wer die Sendung kennt, Mad Money, der weiß, wie er da durchpflügt. Das ist actiongeladen. Das ist also wirklich Unterhaltung vom Feinsten auf die Finanzszene umgelegt. Er ist natürlich absolut kompetent. Sie haben es gerade erwähnt gehabt, er ist ja Hedgefondsmanager. Er hat viele Jahre lang, war er ganz nah an der Szene, hat extrem hohe Renditen eingefahren für seine Kunden. Und es gibt eine nette Anekdote, während er Jim Cramer, währenddem er sein Jurastudium gemacht hat, hat er natürlich sich schon mit dem Thema befasst gehabt und hat dann praktisch auch seinem Anrufbeantworter immer hinterlassen, welche Aktien er jetzt spannend findet und welche er jetzt kaufen würde. Und darüber hat er dann auch Aufmerksamkeit erregt, auch bei den Leuten, mit denen er dann später zusammengearbeitet hat, den Hedgefonds aufgelegt hat und dann auch thespreed.com, eine der bekanntesten Finanzseiten überhaupt im Internet. Ich glaube, aufgrund dieser Geschichte mit dem Anrufbeantworter, da hat ihm dann einer eine halbe Million Dollar in die Hand gedrückt, mach was draus und er hat das Geld vervielfacht. Ja, er hat es nie vervielfacht, aber innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Jahren hat er 150.000 Dollar Gewinn für diesen Kunden rausgezogen und das ist natürlich ganz außerordentlich gewesen. Und man darf ja nicht vergessen, damals, also in den 80er Jahren, war die Börse natürlich noch nicht mit diesen enormen Schwankungen versehen. Es gab natürlich auch mal hin und wieder interessante Aktien, aber die Bewegungen, die wir momentan, die gab es ja damals gar nicht. Also das war schon aller Ehren wert, was Jim Cramer da gemacht hat. Wie sieht Jim Cramer, der etwas verrückte Jim Cramer, der etwas laute, früher hat man solche Leute stillgestellt mit Ritalin, und er hätte gesagt, ihr seid hyperaktiv, wie sieht er den Markt zur Zeit? Und vor allem, wie sieht er ihn 2015? Ja, Jim Cramer ist ja immer, er lebt ja für den Moment, er hat natürlich durchaus seinen Ausblick, den er irgendwann mal gibt. Und er sagt, was ihn momentan vor allen Dingen interessiert, ist das Übernahmegeschehen, also die Übernahmeszene M&A, wenn es darum geht, dass Unternehmen übernommen werden. Und er glaubt, dass momentan die Rahmenbedingungen ganz hervorragend für diese M&A-Aktivitäten sind. Und er hat 19 Aktien, also 19 Unternehmen identifiziert, die seiner Meinung nach auf jeden Fall 2015 übernommen werden sollten. Apropos übernommen, wir, ich gestehe das ganz gerne, haben ja auch so eine Art von ihm übernommen, und zwar Meidons Meinung, also wo wir in einer Minute, ich glaube, sechs Aktien besprochen haben. Jim Cramer hat das erfunden, die besten Ideen werden ja auch immer ganz gerne geklaut, und er hat, ich glaube, six in a minute, wo er dann wirklich auf den Punkt das gebracht hat. Wir haben jetzt einen Augenblick mehr Zeit, aber gucken wir uns noch ein paar Aktien an. Welche fällt da zunächst einmal auf? Wir haben hier Twitter. Okay, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber es ist nur mal die Meinung von Jim Cramer, dass Twitter auf jeden Fall 2015 übernommen werden sollte. Er hat auch tatsächlich einen Käufer identifiziert, nämlich Yahoo. Yahoo schwimmt ja momentan im Geld, hat etwa zehn Milliarden in der Kasse, alleine sechs Milliarden durch den Börsengang von Alibaba, und könnte einen derartigen Kauf stemmen. Und Twitter wird momentan mit etwa 23 Milliarden Dollar bewertet. Für mich weiterhin absolut kein Kauf. Das KGV auf Basis der für 2015 erwarteten Gewinne... Na gut, Sie sind ja auch nicht Jim Cramer. Ich muss mal kurz den Cramer machen und mein Ding hier holen, damit ich weiter... Damit wir weitermachen können, ja. Also machen wir weg Twitter, Sie nicht, aber Cramer... Absolut, genau. Okay, Yelp, was machen die? Das ist ein Bewertungsportal. Jetzt machen wir ein bisschen Tempo hier. Das ist ein Bewertungsportal. Also in das Restaurant nicht gehen, in das müsste gehen, damit... Ja, ich halte nichts davon. Ich würde sie auch nicht kaufen. Ich würde sie auch nicht kaufen wollen als anderes Unternehmen. Aber auch hier soll angeblich Yahoo, sollte das Unternehmen hervorragend zu Yahoo passen. Na gut, ich bin anderer Meinung. Na gut, also das hat Jim Cramer. Ja, das ist Jim Cramer, genau. Wirklich, der bringt es auf den Punkt und 19 Aktien, wir bringen sie nicht ganz... Die finde ich gut. Hoppala, das sind die Kaffee-Jungs, oder? Das ist Green Mountain Coffee Roasters. Also wo tauchten die jetzt auf? Bei welchem... Bei Coca-Cola tauchten die auf? Ja, Coca-Cola hält 16% des Unternehmens. Das hat aber schon im Frühjahr stattgefunden. Hintergrund ist, Keurig ist ein Spezialist für Kaffeemaschinen und Kaffee-Aufbrühsysteme mit so einem Kapselsystem. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sind für mich die Leute, die Geld drucken ohne Ende. Die schaffen es nämlich. Hammer. Die schaffen es nämlich, einen Kilo Kaffee, ich glaube, für 80 oder 90 Euro zu verkaufen. Ökologisch ist das nicht, wenn ich mir den Verpackungsmittel anschaue, ökologisch ist das nicht. Aber es ist unglaublich erfolgreich. Und Keurig will jetzt raus aus diesem heiße Getränkemarkt und zusätzlich rein in den für Kaltgetränke. Will also praktisch ein Gegengewicht zu Soda Stream aufbauen, will dann Softdrinks für zu Hause anbieten. Also das heißt, Sie können sich dann Ihre Cola daheim machen, Ihre Fanta daheim machen, was auch immer daheim machen. Ich will keine Schleichwerbung hier betreiben. Es gibt ja noch andere Softdrinks. Ja, genau. Aber ein super Unternehmen, super Unternehmen, wirklich hervorragende Wachstumsaussichten. Und nach Meinung von Jim Cramer sollte eigentlich die Coca-Cola Company die 16% auf 100% aufstocken. Und damit wären wir dann auch wieder beim Merger und Acquisition. Genau. Da hat er sich ja als Anwalt auch lange Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt. Also der Mann weiß, wovon er spricht, wie also Unternehmen bewertet werden. Ja, ob das dann natürlich letztendlich alles so eintritt, mag dahingestellt sein. Er nimmt natürlich Unternehmen, er hat Unternehmen genommen, die wirklich volle Kassen haben. Auf der anderen Seite Unternehmen, die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch selbstständig, wie Twitter oder Yelp, nicht mehr lange überleben können. Und ich glaube, von daher passt das schon, ob das tatsächlich in den 19 Fällen dann zutrifft. Ich weiß es nicht. White Wave. White Wave, ja. Habe ich noch nie gehört. Ich bin ja auch nicht Jim Cramer. Nee, da muss ich mich auch erst mal einlesen. Ein Hersteller, ein Spezialist für alternative Lebensmittel, beispielsweise Sojamilch. Sojamilch. Genau, Sojaprodukte werden angeboten, Salate werden angeboten. Sehr interessantes Unternehmen, sehr wachstumsstark auch. Marktkapitalisierung momentan rund 6 Milliarden Dollar. Ein Käufer müsste etwa 25% drauflegen, damit es den Zuschlag dann auch gibt. Und das Ganze macht die Sache natürlich interessant, wenn wir uns das hier anschauen. Ich finde das charttechnisch momentan wirklich interessant, weil sollten wir aus dieser Formation, aus dieser Seitwärtsbewegung ausbrechen, dann wären natürlich ganz schnell Preise auch 32, vielleicht 33, 34 Euro möglich. Und dieser Jim Cramer, schaut der auf Charttechnik oder lacht er darüber? Mal mehr, mal weniger. Nein, er ist eigentlich so fundamentalist, wenn man es so austreten will. So richtig von der ganz Harden? Ja, also er ist wirklich einer von der harten Sorte. Der hat sich vorher durch die Bilanzen durchgelesen und sagt dann, da passt was nicht, da passt was. Die ist zu günstig. Also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, aber er mag vor allen Dingen Special Situations. Also er mag diese ganzen Sondersituationen bei Unternehmen und dann greift er auch zu. Und so hat er auch früher seine Rendite erzielt. HomeAway. Kenne ich persönlich, wenn ich auf meinen Weltreisen unterwegs bin, ich buche ganz gerne mal so eine Ferienwohnung irgendwo. Da tauche ich bei solchen dann auf und da findet man ganz interessante Angebote. Ich frage mich aber immer wieder, wie verdienen die eigentlich Geld? Letztendlich ist es ein... Weil die bringen mich dann eigentlich nur mit dem... Ja, es ist ein Geschäft mit Kleinanzeigen. Es gibt ja Vermieter von diesen Ferienwohnungen und die müssen halt Geld dafür bezahlen, dass sie gelistet werden. Und den Rest übernimmt HomeAway durch die... Man stellt die Plattform zur Verfügung, über die sich dann letztendlich diejenigen, die suchen und diejenigen, die anbieten, treffen können. Er übernimmt aber nicht den Bezahlvorgang und ist so in etwa vergleichbar mit Airbnb, mit diesem... Es ist ja momentan eines dieser Social-Media-Geschäfte, das gehypt wird, wo man sich praktisch weltweit dann irgendwo billigen Schlafplatz suchen kann. HomeAway macht es, wie gesagt, etwas altmodischer. Das ist vor allen Dingen Ferienwohnungen und man spart den Bezahlvorgang aus. Aber nichtsdestotrotz, ein interessantes Unternehmen und sollte Airbnb irgendwann an die Börse gehen, ist meiner Meinung nach HomeAway einer der ersten Profiteure im Vorfeld, wenn die Anleger auf das Thema aufmerksam werden. Also auch so eine Übernahme-Geschichte, die jetzt schon hier gespielt wird. Ja, es wird auch wieder Yahoo ins Feld gebracht. Die Überlegung von Jim Cramer ist übrigens höchst interessant. Er sagt, Yahoo muss ja in die Breite gehen, man muss eigentlich eher in den Bereich gehen, dass man zu den gelben Seiten im Internet wird und dann passt HomeAway dazu, dann passt Jelp dazu, dann passt eine Twitter dazu. Da hat er natürlich völlig recht. Ob es HomeAway wird, wir werden es sehen. Das heißt, letztendlich höre ich dann relativ häufig Yahoo dahinter, dass die sich entsprechend aufstellen müssen, um hier nicht noch weiter den Anschluss zu verlieren an Google. Ja, wobei Yahoo in den vergangenen Wochen tatsächlich mal ein paar Sachen richtig gemacht hat, meiner Meinung nach. Der beste Treffer war natürlich, dass man bei Mozilla auf die Startseite als Standardsuchmaschine kommt. Das ist für mich auf jeden Fall aus meiner Sicht natürlich ein Riesendinger, ein Riesen-Coup, den da Marissa Meyer gelandet hat und sicherlich das Beste, was sie in den vergangenen zwei Jahren zustande gebracht hat. Ob es ausreichen wird, um Yahoo wieder Wachstum auf den Wachstumspfad zu bringen, muss man abwarten. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und man kann sich dann Yahoo vielleicht auch mal wieder unter Investmentgesichtspunkten anschauen. Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre richtig gut, wenn es das schaffen würde, bei Google auf die Startseite zu kommen. Alles klar. Okay, ja, Jim Cramer mit einigen seiner Tipps für 2015, das Thema Übernahme, was hier gespielt wird. Und Jim Cramer hat ja dann gesagt, passt auf Leute, bei meinen Shows, Matt Mannes, ich will euch jetzt nicht irgendwie beibringen, wie Börse funktioniert, sondern ich will einfach, dass ihr Action macht, dass ihr kapiert, was das für Unternehmen sind und entscheiden. Ich bin sehr unterhaltsam. Martin Weiß vom Anleger Magazin der Aktionäre, auch sehr unterhaltsam. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke.